War die nicht in der Werbung Hab die nicht mal geschrieben Für nen Zeitschriftenverlag Und irgendwann bei Harald Schmidt Auch irgendwas gesagt Mann, oh Mann Was tut die sich an? In der Zeitung beim Friseur Das ist gar nicht lange her Da sah man sie bei sich zu Haus Wie sie abverspritzt und bügelt Und jetzt singt sie auch noch Und geht auf Deutschland-Tour Jetzt tanzt sie auch noch Und das mit der Figur Ist sie dafür nicht eventuell Ein bisschen zu alt? Muss sie denn alles ausprobieren? Tja, so ist sie halt Die hat doch eigentlich Abitur Und in Hamburg auch ein Haus Was sagt denn da ihr Freund dazu? Wie hält denn der das aus? Allein zu Haus Wie hält der das aus? Demnächst will sie wahrscheinlich Auch noch in die Politik Und dann grinst sie auf dem Waldplakat In der ganzen Republik Gelb und Blau Bitte wählt diese Frau Die hat doch auch nen Hund Und ernährt sich so gesund Dass die so durch die Gegend tobt War sie nicht frisch verlobt Und jetzt singt sie auch noch Und geht auf Deutschland-Tour Jetzt tanzt sie auch noch Und das mit der Figur Ist sie dafür nicht eventuell Ein bisschen zu alt? Muss sie denn alles ausprobieren? Ja, so ist sie halt Sie pflegt auch ihren Garten Trinkt Bier und spielt gern Karten Sie knabbert gern von früh bis spät Aber krass hält sie Diät Und jetzt singt sie auch noch Jetzt tanzt sie auch noch Ist sie dafür nicht eventuell Ein bisschen zu alt? Muss sie denn alles ausprobieren? Tja, so ist sie halt